Moin Moin und herzlich Willkommen zu Raft. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte ausprobiert gehabt das Spiel auf Spieligkeitsstufe Normal und habe festgestellt, dass das ein bisschen zu hart für mich ist. Und da habe ich dann diese Aufnahme verworfen und wollte jetzt mit euch ein komplett neues Spiel machen, weil das hier war zu hart für mich, deswegen hier einfach. Boah, hatte ich den Namen gehabt, Waterworld, aber das wird wohl nix. Und dann nennen wir das einfach mal dieses Mal Empire of Water. Und damit wir auch pausieren können und so weiter, machen wir so, damit das Spiel nicht im Hintergrund weiterläuft. Und ja, ich hatte ja vorher das hier gehabt. Durchschnittliche Schwierigkeit für den durchschnittlichen Spieler war doch zu hart. Deswegen mache ich das. Hunger und Durst können einfach erhalten werden. Impftal geht nach dem Wiederbeleben nicht verloren. Finde ich, ist am sinnvollsten. Dann erschaffen wir damit eine neue Welt und fangen das Let's Play einmal komplett von vorne an. Ihr werdet das andere, das Versuchte leider nicht mehr sehen können, weil das einfach, zwar schon viel aufgenommen wurde, aber einfach irgendwie viel zu schwer war auf normal. Und deswegen machen wir hier die neue Welt. Also ein bisschen habe ich jetzt auch, muss ich sagen, vom Spiel gelernt, wie das funktioniert. Das waren jetzt vielleicht zwei, zweieinhalb Stunden, die ich aufgenommen hatte. Wären hier fünf Folgen gewesen, waren sogar tatsächlich fünf Folgen, die ich hatte. Aber ja, dann fangen wir halt ein neues an, komplett. Und ja. Wir haben hier jetzt erstmal auch so oder so. Zweimal zwei ein Feld. Wir müssen zusehen, dass wir hier das alles irgendwie aufbauen, die ganzen Rezepte finden und so. Ich hatte leider schon ein bisschen was, aber leider müssen wir das komplett von vorne machen. Weil einfach doch zu hart war. Aber mal schauen, wie wir das dieses Mal schaffen, durchstehen. Wir haben auch die Essens- und Trinkenanzeige da. Unten links hier. Die war andauernd leer quasi. So, da hinten sind wir schon eine Kiste auf uns zukommen. Die wollen wir einsammeln. Und bis dahin können wir auch einmal kurz hier auch durchlesen. Du bist ein mutiger Pionier. Dein Floß ist dein Zuhause. Dein Haken ist dein Freund. Wenn dein Floß auseinanderbricht, zimmerst du es wieder zusammen. Wenn dein Haken verloren geht, brauchst du einen neuen. Wenn du den Eindruck hast, das blaue Meer zieht sich unendlich hin, dann bist du nicht aufmerksam genug. Oh, warte mal. Kiste? Nein, die ist noch da hinten. Es gibt nichts, was du nicht herstellen kannst, wenn du das richtige Treibgut hast. Höre alle Frequenzen des Funkgeräts ab. Wenn etwas sendet, ist es über Wasser. Andere waren schon vor dir da. Weitere werden dir folgen. Setze auch du dein Zeichen in der Welt. Jetzt müsste die Kiste da sein. Dann lesen wir gleich weiter. Kiste wollen wir haben. So. Die Welt ist untergegangen, aber ihre Geschichten bleiben. Sammle so viele, wie du kannst. Und um Himmels Willen, nimm dich in Acht vorreihen. Ich sehe dich an einem trockenen Ort, Sis. Das sind wir. Und das ist hier unsere Schwester, so wie ich das bisher mitbekommen habe. Und wir könnten jetzt eigentlich, theoretisch, den Bauchhammer... Ne, können wir noch nicht. Haben wir auch noch nicht genug Blätter. Und dem kommen wir auch nicht dran. Da können wir auch Plastik schon mal sammeln. So. Ich bin das aber auch, ehrlich gesagt, richtig schade, dass das vorherige nicht geklappt hatte bei uns. Das vorherige Spielstand. Das einfach zu hart wurde. Ich dann irgendwann, schon ab der vierten Folge, gefühlt alle zehn Minuten nur noch am Sterben war, verhungern und so. Und das war dann doch ein bisschen zu viel, dann des Guten. Da hinten sehen wir schon eine Insel. Kommt der Plastik, dann nehmen wir mit. So. Ah, wir könnten jetzt das erste Seil machen. Jetzt ist die Frage, kommen wir da ran? Oder da ran? Wie weiß ich jetzt nicht? Aber... Scheint doch ein bisschen weit weg zu sein. Kann nur hoffen. Vielleicht kriegen wir auch nur den ein oder anderen Blatt dazu. Ja, ein Blatt kriegen wir. Und ja. Ja, so ist perfekt. Und den da wollen wir auch. So. Dann haben wir einen Bauhammer. Dann brauchen wir noch, äh, hier Waffen. Ein Holz, Sperr, da brauchen wir wieder Seile. Dann haben wir unser Floß hier vor dem Hai schützen können. Vor dem hier. Was auch schade ist, in der dritten Folge, die ich ursprünglich aufgenommen hatte, hatten wir tatsächlich schon auch eine Wahl gesehen gehabt. So, warte mal. Damit können wir auch umbauen, eigentlich, hier. Auf Massivholz. Da fehlen uns aber Planken. So. Da haben wir Planken. Nein. Ja, den kriegen wir nicht mehr. Schade. Aber ich habe auf jeden Fall auch schon für uns, äh, einen Plan ausgearbeitet, was wir für ein Boot oder Floß machen. Und wie wir das Boot hier nennen werden. Und da habe ich mir überlegt gehabt, so eine Anlehnung an die Elder Scrolls, so dass, äh, ein Buch dort existiert, so ein richtig schönes. Müsste jeder kennen, eigentlich. Hier haben wir irgendwie nichts, außer Blumen. Finde ich jetzt schade. Blumen können wir noch nicht gebrauchen. Wir werden erst später unser Boot erreichen. Können wir gerne, meiner Meinung nach, los. Wir können los. Stecken wir jetzt hier fest. Ja, okay, dann stecken wir hier halt fest. Was ich auch am überlegen bin. Hier, da haben wir was. Nein. Ja. Der greift uns schon an. Genau. Da unten haben wir Schrott. Wir brauchen aber auf jeden Fall Sand und Lehm. Das sind Steine wieder. Ja, attackier mich genau. Arschloch. Da haben wir... Sand hoffentlich ist das. Ne, das ist ein Ton. Oh. Wechs Viech. Nein. Nein, das ist... Nicht das, was ich haben will. Ich würde sagen, ganz schnell jetzt... Nein, 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 nein. Okay, das war jetzt nicht so schlau. Wo ist mein Floch hin? Da. Gut, dass wir hier jetzt alles sehen können. Aber wir haben jetzt immerhin Ton. Aber ich brauche Sand. Ich weiß nicht, ob das Sand ist. Ach, nee. So, dann müssen wir das jetzt... Genau, bauen wir den um. Den auf. Bitte sei Sand. Ist das immer noch Ton? Wechs Viech. Das sieht jetzt nach Sand aus. Sand, ja. Jetzt schnell weg. So, dann essen wir uns mal die Kartoffel. Und hier haben wir Sand. Lagern wir hier auch schon mal so. Plastik, Holz. Dann hier Sprott. Und hier... Müssten wir uns hier einmal ein Paddel bauen. Fehlen uns aber noch ein bisschen wird. Wenn wir von hier mal wegkommen. Was fehlt uns, äh... Kunststoff brauchen wir... Seile. Komm mal da ran. Nein. Ja, den haben wir erwischt. Das wäre jetzt aber doof, wenn wir hier jetzt feststecken und nicht weiterkommen. So, wir haben vier. Das reicht nicht für ein Paddel. Aber wir können... Wo waren das? Nassen Ziegel. Können wir den hier schon mal machen. Nassen Ziegel, den brauchen wir. Aber noch nicht jetzt. Jetzt will ich aber weg. Aber da kommen wir ran mit dem. Wohl eher nicht. Oder vielleicht auch hier. Ich kann den so nicht anschubsen. Ja, was machen wir da denn jetzt? Ich brauche den Paddel. Krass, der. Zwei Planken und... noch zwei... also zwei Kunststoffe und ein Seil. Die Seile können wir ein machen. Müssten wir mal ganz schnell dahin schwimmen. Oh, ah. Ganz schnell. Nein, 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 nein. Oh. Wächst, Viech. Wo ist der hin? Oh. Uns fehlt noch... genau ein Holz. Ja, dann nehmen wir nur halt den... für den Paddel. So, wir müssen da hin. Komm. Wir müssen hier raus. So, das müsste jetzt, glaube ich, reichen. Und du bleib weg von mir, ja? Du hast mich schon genug Schaden angetan. Ich glaube, da ist ein... Nee, ist kein Fass, oder? Das ist ein Fass. Das ist kein Fass. Dann müssen wir mal schauen, wegen hier... der Steu... eine Route brauchen wir als nächstes. Planke und Seil. Ob wir was zu essen haben können. So. Und das brauchen wir auch noch. Da ist schon die nächste Insel. So, ich will den... Ich verpasse jetzt am besten. Und die Planke nehmen wir somit auf. So, den kriegen wir gleich. Ja, haben wir. Oh, Blau... Äh... Bauplan-Empfänger. Packen wir mal hier hin. So. Den müssen wir aber auch gleich erneuern. Kunststoff fehlt uns noch einer. Okay. Okay. So, da haben wir Kunststoff. Ja, komm. Ach, nee. So, da müssen wir einmal reparieren. Da haben wir ein neues Fass. Ja, den nehmen wir mit. Und... Äh... Bauplan-Antenne. Und den nehmen wir auch mit. Geil. So. Dann können wir uns jetzt eine Angelroute... ...erstellen. Ne, doch nicht. Aber den können wir... ...an Ersatz machen. Ja. Angelroute brauchen wir aber gleich noch. Da haben wir wieder ein Fass. Geil. So, dann machen wir noch ein Seil. Die packen wir mal wieder da hin. Und dann wollen wir... Hier fehlt noch Plastik. Haben wir die Kisten. Die wollen wir haben. Noch geiler. Gehen wir den? Nein. Aber jetzt... Ja, wir haben ihn. So, Steine. Dann haben wir hier wieder Plastik. Seil können wir aber immer noch nicht machen. Also noch nicht genug. Oh, der war jetzt geil. Ich glaube, wir schwimmen... ...entweder darauf zu... ...oder daran vorbei. Ich glaube, wir schwimmen eher... ...daran vorbei. So, wir müssen auch mal was essen. Also, wir müssen hier auch mal... ...einfach einen Reiniger bauen. Beziehungsweise... ...den packen wir mal da hin wieder. Mal den. Okay. Ich wollte schon sagen, was war denn das jetzt? So, dann... ...hier... ...den wollen wir. Da fehlt uns aber noch ein bisschen Plastik. So. So. Dann einfach Reiniger, Palmblatt und Kunststoff brauchen wir wieder. Dann kommt wieder ein Fass. Die können wir gut gebrauchen. Und dann... ...lauchte ich jetzt. Komm schon, Fass. Ja. Geil, wieder eine Kartoffel. So, dann... ...Kunststoff noch... ...noch ein bisschen. Und Palmblätter. Geil. Ah, komm schon. Leck mich doch. Nein, ist wieder ein Fass. So, den werden wir definitiv kriegen. Den können wir dann auch mal so aufsammeln. Ja, geil. Ah, kein Plastik dabei. So, aber das wird jetzt reichen, um den herzustellen. So, und den stellen wir dann provisorisch erstmal hierhin. Packen mal ein paar Planken da rein. Dann brauchen wir noch eine leere Tasse. Da wieder vier Kunststoff. Bevor wir gleich wieder verdursten. Den kommen wir nicht dran. Du bleibst bitte weg, ja? Wir können Freunde werden. Gut. Gut. Den wollen wir auch noch. Und ich hoffe, da ist jetzt Plastik bei. So, der Duos kommt schon. So, drei Plastik. Wir brauchen aber noch einen. Wir brauchen noch ein Plastik. Komm, 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 komm. Ja, wir haben ihn. So, leere Tasse. Gut. Dann heißt es abwarten, bis das fertig ist. Dann können wir schnell was trinken. Oh, nee. So, warte. Dann hier reparieren. Ah, wir schwimmen hier dran vorbei. Schade. Das heißt, uns wird die Chance genommen, da jetzt was zu erkunden. Aber ja, ist dann halt manchmal so. Wie sieht's aus? Können wir wieder was bauen? Hm. So, den hier. Können noch nichts bauen. Also, nichts Neues, keine Erweiterung. Weg. Können wir hoffen, dass da was kommt. Ja, den haben wir. Ah, gleich vier Stück da noch. Geil. So, wir brauchen eher mehr Plastik. Gehen wir den? So. Ja. Dann warten wir eben. Nur zwei Plastik? Okay. Aber dafür viel Holz. Gehen wir den? Dann hoffen wir mal, dass wir den da erwischen. Jo, den haben wir erwischt. Komm schon. Dann können wir hier nochmal eine Erweiterung hinbauen. So, dann müssen wir jetzt nochmal was trinken. Und mit dem Salzwasser auffüllen. Und hier nochmal. Dann brauchen wir jetzt definitiv die Angelrute. So. Jo. Dann können wir gleich ein bisschen Fisch essen. So. Auch wenn es roh ist. Besser als gar nichts, sagen wir mal so. Noch haben wir hier zu wenig Platz. So, dort fassen wir uns sofort. Wenn ihr was anbeißt. Da. Was haben wir hier? So, können wir wieder was bauen? Ne. Uns fehlt Plastik. Da kommt schon Plastik. Ja. Dann würde ich sagen, wir fangen schon mal an weiter in die Richtung zu bauen. mit noch mehr Plastik. Ja, den haben wir erwischt. Da hinten hast du auch nochmal Plastik. Den kriegen wir aber nicht. Aber den hier. Ah, wir angeln nochmal. Dann kommt schon wieder eine Kiste. Geil. So, dann essen wir den nochmal. Bitte nicht angreifen. Ja. Dann holen wir uns die Kiste da hinten. Komm schon. Kriegen wir nicht. Ja. Dann haben wir jetzt mittlerweile sehr viel. So. Ja. 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 Nee. Das war keine einzige Planke. Toll. Aber ich würde sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter. Und somit herzlich willkommen an Bord der agonischen Maid. Ist zwar noch nicht viel hier, aber es wird. Das wird bald ein richtiges Schiff. So ein richtiges Piratenschiff. Bevor ich die Folge beende, aber schnappen wir uns gleich eben nochmal. Oh, nee. Geh weg. So, warte. Präparieren. Genau. Bevor wir jetzt beenden, schnappen wir uns eben das. Das passt hier. Kriegen wir den? Nein. So, und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Und ciao. Also, wir müssen uns bringeBN bleibt. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020